guten morgen ihr lieben es ist samstag kurz vor 8 uhr jeder normale mensch der freies wochenener hat der ist garantiert noch im bett und schläft ich habe mir becker gestellt kochen gerade einen kaffee und ich wollte mal erzählen was wir heute vor haben wie ihr sieht der koffer ist ja noch drauf aber das soll sie ganz schnell ändern insofern fange ich gleich an die verkabelung von den rückleuchten rauszuziehen die rückleuchten abklemmen unten die kurzflügel von der hinteraxe abzubauen ebenfalls den tritt die trittstufe und so weiter je nachdem wie weit wir kommen hoffe ich dass spätestens übermorgen der koffer runter ist ich lasse die kamera mit laufen und dann sehen wir weiter es ist so groß da komme ich nicht bei glaube der passt besser so Musik 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Es ist so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Wir versuchen gerade dieses Teil abzukriegen, also versuchen wir doch mal, ob er die Aufnahme nicht von hier machen kann. Dann habt ihr den perfekten Blick. Das ist jetzt natürlich schief. Das sieht gut aus. Der wird jetzt noch mal, oder war die andere? Dann muss er noch haben. Komm, ich bin dabei. Dann muss er. Dann geht's. So, ein letztes Mal. Als komplettes Feuerwehrauto, oder fast komplett, wir werden gleich den Koffer runterladen. Hier muss das gute Stück raus. Die Koffer runterladen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der gibt's gleich nach hinten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.